Mein Name ist Daniel Scheer. Ich bin 18 Jahre alt. Ich spiele auf der 6 und manchmal im Tor. Frühere Vereine waren vier Jahre lang beim FC Bayern München. Dann bin ich ins Ausland gegangen, abends in London und jetzt bin ich wieder hier. Meine persönlichen Ziele sind natürlich immer besser zu werden und immer das Beste rauszuholen und das Ziel ist nicht abzusteigen.